Lass mich erst nach oben und da oben wird die ganze Zeit geschossen, folgt ihr denn diesen scheiß Schüssen nie, ey? Crabs ist bei mir, Crabs ist bei mir. Oh, jetzt hat einer, irgendeiner hat ne Diegel und hat am Anfang gelogen, dass er keine hatte. Wer weiß, dass der die Diegel hat. Unten im Keller wird geschossen. Im Keller? Und da läuft Good Gaming. Good Gaming wird weg und hier liegt überall Blut. Good Gaming ist bereit zum Abschuss. Ash, ey komm, guck da, ich guck da. Sorry, ich mach's, ich hab verdammt nochmal mit der Glocke geschossen. Aha! Hallo Leute, herzlich willkommen bei Trouble in Terrorist Town. Heute wieder ne große Runde mit dabei, unter anderem Crabs. Hallo. Darlucat. Mhm. Didi. Moin. Nils, Good Gaming. Hola. Tactical Viper. Servus. Ralfinger. Guten Abend. Und der Vita Wolf. Inno. Ganz viele Inno's. Inno. Vita Wolf sagt nix, ist der AFK. Nee, er ist schon tot. Ey, ich hab doch Hallo gesagt. Achso. Oh, gut. Ich hab Angst, ich hab Angst. Ich will sterben. Detective Traitor. Wir spielen übrigens ne Basic Runde, weil Steam grade down ist. Also der Workshop lebt uns runter. Wir haben echt eine Waffe. Darlucat ne Shotgun. Wir haben fast keine Extras, kein Super-Enter-Haken. Nur Basic-Shit. Das Extra, was wir heute dabei haben, ist Vita Wolf, der wohl gesundheitliche Probleme hat. Und deswegen ab und zu... Bring mich zum Lachen nicht. Was fandste da weg, Grenz? Wer war denn hier der Detective? Guck mal, Grenz ist auch der einzige, der noch falsch ist. Nils Karma von 874. Ha! Ja, in dem Karma können wir jetzt nichts machen, Grenz. Da kommt einer. Da du zieht auf mich. Da du zieht auf mich. Wir müssen einmal richtig spielen, Grenz. Warum? Was ist das? Wir können die Map nämlich nicht neu starten, weil du kein Karma mehr hast. Aber wir können ja die Map nicht neu laden. Ach, ich? Okay. Weil ich eben alle mit dem Films getötet hab. Scheiße. Ich glaub, Nils ist trotzdem Detective und Traitor. Ja. Team ist down, aber ich hack euch trotzdem. Umso einfacher, oder? Ich glaub, es ist da. Du, der guckt mich die ganze Zeit schon auf mich. Dann hätt ich dich schon abgeschossen. Ah, shit. Ich find dich eher verdächtig. Nein, wo ist mein... Wenn ich Traitor wär, hätt ich euch schon abgemacht. Ihr seid ja nur zu sechst. Das ist jetzt meins. Oh, oh, Gaming hat meinen Koffer geklaut. Guck mal, hier ist einer drin. Ich hab da gerade C4 gelegt. Ich hab da die Koffer reingelegt. Ich hab da die Koffer reingelegt. Ja. Aua. Ich wurde getroffen. Die guck mich immer noch so an. Wettet mich. Ja, weil du da so drin gehockt hast. Renz, wie fängst du die Gegenstände manchmal so weg, ohne irgendwie deine Arme zu bewegen? Ich schieß hier nicht zuerst. Wie willst du das Koffer so flexen? Als ob. Gerade du, ey. Wo? Hä? Grenz hat mich verletzt. Ja, ich hab's gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Wenn ich jetzt sterbe, dann ist es Talukat. Grenz hat dich verletzt. Grenz und Talukat sind beide hier oben. Er hat ja geschossen. Wie? Gut angeschossen. Grenz jetzt schießt. Alleine Tactical Viper. Wer ist jetzt Grenz, wer ist nicht Grenz? Einmal die Einzelne. Grenz ist verletzt, aber warum? Ja, weil er unten mich angeschossen hat. Ah ne, du hast eine Farmer. Was ist hier los? Was ist hier los? Peter Wolf, tauschen wir die Waffe? Genau, ich geb dir Waffen. Ich bin doch hier nicht beim Frauen tausch, ey. Wenn alle Waffen tauschen. Niemals mit Talukat Waffen tauschen. Ihr werdet es sowas von bereuen. Außer es ist nicht McTen vielleicht. Tausche Crowbar. Ich bin noch Inno. Dann gewinnen wir. Weißt du, Talukat, wir können ja mal heute gucken, was diese Runde wieder passiert. Weil jedes Mal, wenn ich bei dir TTT gucke. Ah, jetzt hat ein Scouter. Äh, ein Scouter. Ah, eh. Wieder weiß es einer. Jetzt hab ich deine Waffe. Lass mir die. Ich wusste es. Und unten ist noch einer. Wer hat hier geschossen? Wer hat hier geschossen? Egal wer jetzt unten ist. Wir sind alle anderen. Warte, wie viele sind oben gewesen? Ich bin unten. Ich hab den Traitor unter. Ich bin noch da, ja. Der, der unten noch lebt, ist Traitor. Egal wer jetzt hier unten noch ist. Ich geh mal unter. Du bist der Einzige, der hier unten noch ist. Wer auf mich schießt, den töt ich. Wo ist die Leiche? Musst du ja auch. Ist das auch dein Job? Ist das auch dein Job? Ist das auch dein Job? Alle auf Grants, ey. Oh nein, da krieg ich schon wieder negative. Wo ist der Detective? Wir brauchen den Radar. Ja. Okay, tut mir leid. Warte, ich werde niemanden töten, weil meine Karma ist schon so schlecht. Es wurde hier jemand getötet. Ich hab's gehört erschossen. Der ist hochgerannt. Hochgerannt. Aufs Dach. Es ist Grants. Ich bin immer noch unten. Ja, hier war einer. Der ist hier hochgerannt. Der ist hier hochgerannt. Ich bin immer noch unten. Er ist hier durch die Bilder. Hier, ich komm in das Ding ins. Hier, hallo. Tactical Viper. Hier unten bin ich. Hallo, hier. Was? Ruhig, was ist hoch? Ich bin oben bei dem Detektiv. Ich sag immer noch, es ist Grants. Ich bleib auch dabei. Versucht ihr den anderen rauszukriegen, soweit Grants mit, weil er schieß ich ihn. Ich werde hier Stühle und alles vor die Tür tun, damit ihr hier nicht reinkommt. Oh nein, Dalu hat ein Heiliger hier reingehoben. Nein, das ist ein Heiliger Rauchgranate. Sollen wir ihn jetzt erschießen, oder was? Bitte doch. Wir gucken noch auf die anderen. Leute, er ist hier hinter verschwunden. Wer ist denn oben gestorben? Es muss einfach Grants sein, Leute. Es muss Grants sein. Ich hab Grants überprüft, er war innocent. Willst du schon wieder einen ungeschuldigen Töten, Nils? Ja, er hat ne Diegel gehabt. Es ist sowas von Grants. Es ist ein Viper. Wer? Ich denke, ein Viper soll es sein. Ach, gar nicht. Ich doch nicht. Okay. Komm schon, Viper. Ich hab ne Diegel gefunden. Ich geh rein. Er geht links rein. Links rein. Verdammt. Nice, Mann. Scheiße, wie hat er noch mitgenommen? Mann, Mann, Mann. Vertraue mir doch mal. Ja. Mein Gott, ey. Wir haben den Kopfschuss nicht getötet. Ja, aber Grants, du bist dermaßen verdächtig. Ich hab gar nichts gemacht. Guck mal meine Aufnahme an, ey. Weißt du, wir sagen, oh ja, Grants ist Traitor und du rennst erstmal weg durch alle Geheimgänge. Nein, ich war die ganze Zeit unten. Wow. Die hat auch ein Siegel oben. Ja, habe E gewesen. Du bist ne Main Weapon. Und ich will nur die Pistole. Ich hab nur geprüft, ob die Auto ist oder nicht. Aber es war eigentlich dumm, das zu prüfen. Ihr Dalukat, wir können ja mal gucken, was dieses Mal in dein Intro kommt. Weil jedes Mal, wenn ich bei dir TTT gucke, ist da irgendeine Scheiße, die wegen mir im Intro passiert. Ich hab ne Axt, vorsichtig. Ich hab ne Axt. Viper, tauschen wir ne Waffe. Du hast ne Diegel, oder? Detektiv mit wieder Detektiv. Ist das... Inno. Okay, dann sind auch die gleichen Detektiv. Ich töte jetzt einfach... Töte jetzt einfach... Tactical Viper? Nein. Dalu, was für ne Waffe hast du? Name 16. Hast du ne Diegel? Ja, Mann. Tauschen wir? Ich meine 16. Du kriegst ne 16 und die hat 20 Schuss und ich will nur ne Diegel. Hand sie hoch. Also für den Spaß würde ich sie dir geben. Wolltest du mich gerade mit der Axt töten? Nein. Mit der Axt? Der ist Traitor. Die Axt kann nur der Traitor haben. Komm mal her. Allein mit dir, die in nem Raum. Wo bist'n du, Vita? Ich bin zwischen den Traitorn eingesperrt. Hilfe, Gretz. Ich bin auch... Hier ist der Vita Wolf. Oh. Da bist du. Da kommt doch was raus. Ich verlasse das Haus jetzt, Leute. Ich nimm meine Sachen mit. Ich hab schon gepackt. Ich hab schon gepackt. Ich hab schon gepackt. Du hast leider nicht... Du hast leider keine Rose gekackt. Hier hat einer die Waffe geklaut. Allein mit meinem Finger in einem Kabuff. Genau. Wer ist noch da? Ich bin noch da. Der Viper. Ich bleib beim Detekted. Ich auch. Da wurde er mich geschossen. Mit der Galil wurde ich geschossen. Mit der Galil. Ja, ja. Mit der linken Maus wechselt man aber keine Waffe. Ich darf dafür einmal den Koffer nachdenwerfen. Dann merkst du die Waffe nicht, wenn ich draufdrücke. Die hat sich eingeschlossen. Hey, vorsichtig. Die Grenze hat sich eingeschlossen. Alter, Didi zählt auf mich. Ich bin Krabs hier ziemlich verdächtig. Mach die Tür auf. Ich kann überhaupt das Krabs. Das ist von der Wehren schon die ganze Zeit nicht. Ja, der Krabs. Wer ist denn das hier? Tactical Viper verfolgt mich. Der hat schon wieder geschossen. Gar nicht geschossen. Ich bin mit Ralfing alleine. Ich bin mit Ralfing alleine. Ich bin nur so leise, weil ich so überraschend bin. Vita Wolf rennt mit der Waffe im Anschlag rum. Ja, ja, weil der Ralfing habe ich hier mit seinem... Oh, mit deinem Mördergegelt. Ach, Ralfing hat auch schon leider nichts gesagt. Hier liegt eine Axt. Hier liegt eine Axt. Direkt vor Dalo. Hier liegt wirklich eine Axt. Ja, die hatte ich das ganze Zeit. Wow, wow, wow. Oh, Krabs. Was war das? Das war eine Brandgranate und... Das war Tactical Viper. Wat? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Weil ich kam da aus dem Verpuff... Ach, Gretz sitzt da gar nicht mehr. Ja, ich kam aus der Tür raus. Ja, weil ich wollte eine Brandgranate nach mir. Ich tippe auf Gretz. Ja, ich werfe eine Brandgranate nach mir. Tippe auf Gretz. Gretz, bin gar nicht weg. Es ist dunkel, ich bin im Raum. Hau ab. Willst du mich killen? Ja, du hast einen Schuss eher. Wenn du daneben schießt, baller ich dich ja. Ich schieß nicht als erstes. Keine Angst. Solltest du, wenn du Traitor bist. Mai aber nicht, weil ich keiner bin. Ja doch. Er macht mir Angst. Er ist verwirrend. Komm mal mit hier rein, ne? Ich glaube, Grants und Viper sind. Ja, ich glaube, Viper steht hier und zielt einfach auf alle. Ja, der hat auch schon geschossen. Ich kann auch den Trober nehmen. Hier oben traitert einer rum. Lass mich in Ruhe. Fassbar, dass Krabs keine Bombe legt. Das macht er mittlerweile sehr gerne. Guck mal, dass Krabs keine Bombe legt. Guck mal, einer nach oben auf dem Dachboden wegen Bomben oder so. Ich lock Kranz hinterher. Ich behalte Viper mal im Auge. Also, das kommt mir spanisch vor. Hoi, Krabs, der hat einen Traitor-Gürtel an. Wenn ich endlich habe, dann ist das Viper. Oben in der ersten Etage liegt Blut. Kranz ist wieder in seiner Etage hier in seinem Raum. Ein oder zwei Blut? Nicht viel. Ein Blut. Okay. Ein Blut. Was für eine Aussage. Geil. Es ist also noch gut. Ein Blut. Wie viel Blut ist hier? Ein Blut. Darf ich ihn töten? Ja, es ist glaube ich wirklich. Viper könnte es sein. Nein. Aber ich will nicht da festlegen. Achtung. Renz ist wundet. In der Crawler. Der kann nix. Aufhören. Es war hier. Unten, unten, unten. Wer was? Hier liegt einer. Wer denn noch hier lebt? Der Detektor ist getötet. Was? Ganz schlecht. Okay, es ist ja wohl Vita gewesen. Guck mal bitte seinen Held an. Was? Ja, ich komme gerade aus dem Schach, du Lümmel. Wollen wir ihn töten? Wollen wir ihn töten? Hallo, das ist keine Demokratie. Hau ab. Er hat Nils getötet. Ich meine doch, eigentlich ist es ja eine Demokratie. Wir sind ja alles Terroristen und zwei Leute verraten uns hier. Ja, eben. Das funktioniert Demokratie. Ich bin Osama und ich bestimme den Vita Voyager. Obwohl, eigentlich funktioniert genauso Demokratie. Was hat denn der Detektiv in seinem Testament geschrieben? Wer ist denn der zweite? Wen hat er das vielleicht für seh? Ich glaube, es ist Grants. Wo ist der Detektiv überhaupt gestorben? Grants, weg. Erster Stopp. Gerade bei der Leiche. Was macht? Da ist er. Ah, hier wird doch rumgeballert. Didi? Ich war's nicht, ich war's nicht. Ja, hier ist er gestorben bei Tactical Michael. Ich war's nicht. Verdammt. Nein, Scheiße. Ralf, ich war das nicht. Also, ich hatte... Dali, du hast ihn getötet. Ich hatte er gesehen. Grants ist es. Dali, du hast ihn getötet. Grants ist es. Ralf auch, oder? Du hast Tactical getötet. Ja, hab ich auch. Ich hab Tactical. Nein, ich bin es nicht. Ich war so unschuldig. Du hast dich aber nicht identifiziert. Das ist korrekt, weil du auf mich geschossen hast und Ralf hinter mir war. Wenn jetzt noch kein Traitor schützt, dann hab ich ein Problem. Ralf hat gerade eine Granate geschmissen. Das war keine Absicht. Ich bin erschrocken. Ralf, durchsuch die Leichen. Hier ist eine Bombe explodiert. Durchsuch die Leichen. Craps. Och, Didi war inno. Scheiße. Das war mein Karma. Ja, wieso hast du sie denn getötet? Ja, guck doch. Didi hat Vita Wolf gekillt. Das siehst du ja oben rechts. Und der einzige, der dann noch gelebt hat, war Tactical. Ja, aber war Vita Wolf jetzt ein Traitor oder nicht? Ja, das weiß ja keiner. Ja, Ralf hat ihn wieder nicht identifiziert. Ich glaube, es ist Ralf. Ja, und der andere bist du. Ich hab zwei Innos erschossen. Ja, mein Karma ist im Arsch. Es leben doch gar nicht mehr viele. Craps ist tot. Ach, das gibt's doch nicht. Tragen wir auf den Kopf geschossen. Nur wem ist die Frage. Okay, also Ralf und Viper. Gott sei Dank, ich hab nur einen Innos erschossen. Das scheiß Gegenstände. Ralf, kommen wir noch. Wo bist du? Craps auch noch am Leben? Craps und Ralf noch am Leben? Craps hinter mir. Aua. Boah. Eis, keils. Aua. Ich hab mir die alle schön in die Ecke geschossen da. Wer dem ist, ist jetzt auch da. Ist immer noch 30% an denen, da haben wir drei Traitor. Aber egal, das ist okay. Ne, bei 30% haben wir noch zwei. Ne, wir hatten nur zwei. Ja, aber wir sind jetzt neun. Ja, ja, bei neun haben wir auch noch zwei. Ey, Vita, gib mal eine Leiche weg. Es sind immer noch zwei. Also wir müssen auf 33% stehen. Nein, ey, lass doch so. Grants, gib mir mal eine Waffe zurück. Mit zwei Traitern gegen sieben? Probieren, oder? Das fällt mir schon schwer vor. Gerade auf der Map. Aber ich dachte echt, du bist es, Dalu, weil du die Leute nicht identifiziert hast. Ich hab, ja, aber einer war Traitor davon. Ja, aber warum hast du sie nicht identifiziert, hab ich mir halt überlegt. Ja, weil du da noch standest und... Ich hab erst dann geschossen, als du abgehauen bist. Ja, und Ralf hat Dieter mir grad die Tür aufgemacht. Okay. Ganz kurze Frage, will ich dir durchsuchen mit E, ja? Dann steht da was genau, weil ich hab's da gesehen, Dieter mit der Gestalter. Dann steht oben rechts, wer was war. Wer was war. Okay, es ist gut Gaming, aber kein Traitor-Menü. Also ob er Eno war, ob er Traitor war, ob er Detektiv war. Hä? Franz hat mir die Waffe geklaut. Und wenn du E drückhältst und E drückst, dann siehst nur du das. Okay. Franz? Achso, du bist Detektiv. Der Traitor von da oben auf dem... Oh, ist das gut Gaming? Ja, ja, der war auf dem Traitor-Bite. Der Traitor hier auf dieser Traitor-Bandage hier rum. Ja, ja. Ich würd sagen, direkt eliminieren. Aber Ralf, wenn du tot bist, darfst du nicht mehr reden. Ja, es war ein Fehler von mir, sorry, mach ich das nächste Mal nicht mehr. Traps? Lol, Dalu, Kattetio und Sniper. Eisgeil. Dann geh ich weg. Ja, überprüfe bzw. bewache den Raum. Hallo, das ist kein Traitor-Mistler. Ich glaub, wenn ich tot bin, ist es übrigens Nils. Ja, ich glaub auch, dass es Nils ist. Also wenn ich dir wirklich nicht mehr antworte, dann ist es Nils. Und die, die guckt so verdächtig. Ja, ich glaub, er ist es. Hi. Hi. Nein, komm, lass mich raus hier. Nils, hör mal auf, wir haben den Kopf zu zielen. Das macht man nicht. Hm. Jemand muss das Licht ausmachen. Hat er da eine Diegel? Hm, hm. Nicht für dich. Boah, ich hab Lass. Okay, wer hat das Licht ausgemacht? Ich mach's wieder an. Ich hab das Licht ausgemacht. Ja, ich hab gesagt aus, der ist unschuldig jetzt. Mein Baby. Wer hätt's wieder angemacht? Wer sind alle hier im Keller? Viele Traitor im Keller. Jalla Bombe, Vorsicht. Boah. Jalla. Ist die überhaupt noch drin? Wegen, weil Steam Workshop ja down ist. Ich glaub, oder? Lass mal, ich... Guck doch mal nach, Jalu. Guck doch mal nach, Grants. Sag mal, ob die noch drin ist. Ne, wahrscheinlich nicht. Na, Grants? Ach, du bist... Ja, deswegen, weil ich... Hast du ne Diegel? Ne, deswegen. Muss ich erstmal hier zurechtfinden hier? Was hast du für ne Waffe? Ich hab auch nicht alles, was wir sonst hatten, glaub ich. Ich wurde angeschossen. Ich bin vergiftet. Hast du ne Heel Station? Nein. Wo bist du, auf dem Dachboden? Jetzt ehrlich, nicht? Ach, shit. Hier. Wer war denn bei dir? Hier ist die Heel Station. Hast du jetzt hier gesagt? Da. Das sind doch alle hier. Krabs war das. Wer war das? Nix, Krabs würde das nicht benutzen. Weil Krabs hat selber so ne Fehler. Der weiß, dass wir die nicht mehr nutzen eigentlich. Ja. Ja, ich hab die... Es geht. Aber ich weiß... Ich hab zwar gesehen, von wo ich angeschossen wurde, aber ich konnte nicht mehr draufziehen, um den Namen zu sehen. Ich glaub, das war Good Gaming. Hä? Ralf, wo warst du hier voll? Ich glaub, er ist das Vita-Wolf. Okay, ich hab vier Schaden bekommen. Wieso ich denn? Ich kam doch nachher erst hoch. Ja, eben. Das kann doch nicht schon wieder Tactical sein. Du, du schreist. Ich bin vergiftet. Ich komm hoch und jetzt war ich es. Ja, bin ich auch. Ja, weil du der Einzige hast. Jetzt hab ich ja meine Credits verschwendet. Nur wegen euch. Jetzt weiß ich nicht, wer hier noch Sachen kauft. Also eigentlich würde ich jetzt sagen, es ist Krabs. Nein. Und Ralf zielt hier durch den ganz langen Gang auf mich. Aber wenn ich gleich nichts mehr sage, ist Ralf es. Alle sind hier. Nee, Ralf Sniper durch den langen Gang hinten. Der Sniper hier mit der Galli, Sniper hier oben. Das wär so geil. Ja, jetzt ne Jalla-Bombe kommt, ey. Ah, die gibt's wahrscheinlich nicht mehr. Der Krobatin, warum? Bombe, Bombe! Untere Etage ist ne Bombe. Okay, dann ist es Krabs. Wo? Dann ist es Krabs. Ich weiß es nicht, ich hör sie nur. Ich hör's auch nicht. Ja, genau. Ich würde natürlich direkt hier bleiben, wenn ich hier ne Bombe gelegt hätte natürlich. Wo ist sie denn? Ich find die Bombe nicht. Ich hab sie nur gehört in der zweiten Etage. Also in der ersten Etage hört man sie. Dann lauf ich hier doch ganz weit weg einfach. Du weißt ja genau, wo sie ist. Ich sterbe einfach da, wo Krabs ist, dann sterbe ich nicht. Wer dem ist? Spiele ich den richtig so aus? Wer dem ist? Wer dem ist? Wer dem ist? Du kamst gar nicht aus der Tür raus, oder? Die zählt auf mich nur so nebenbei. Falls ihr sterbe ist. Ich habe euch durch das Gemälde gekommen hier und aus der Tür, genau. Weil die sterbe ist. Das weiß ich. Das ist wer dem ist. Das kann kein anderer sein. Ich bin unschuldig. Ne ne, du bist stehen geblieben, was hab ich gezielt. Ey, wer war das denn? Wo ist die Kackbombe denn? Ich bin die unschuldig. Au! Da ist sie hochgegangen. Wen hat's erwischt? Mich, Vita. Okay, Krabs hat's natürlich. Nein, ich habe 67 HP. Ich hat's nicht erwischt, ne. Krabs ist frei zum Abschluss. Also Krabs hat kein HP verloren. Das ist natürlich... Ungewöhnlich, ne? Wusst wie, ne? Ich hab verloren. Ja, ist einfach Logik. Krabs ist jetzt frei zum Abschluss. Oh! Krabs versteckt sich. Auf jeden Fall wer dem ist, ist es... Was? Ich bin's versteckt sich. Ich glaube es ist Vita-Wolf. Ja, Krabs versteckt sich. Wurde von der Bombe so mitgenommen. Ich will Krabs töten. Ja, das gibt's nicht. Der versteckt sich. Ich glaube immer noch, dass es Ralf ist, weil er in dem Gang ganz hinten stand. Und weil er mich unbedingt töten will. Wenn wir Ralf erschießen, werden wir die Pistole mit dem Giftpfeil bei ihm finden. Einen Scheiß nicht zu machen, dann ist es da. Ich wurde vergiftet. Ich wurde vergiftet. Ich wurde vergiftet. Ralf meint er. Ja, das ist Crap. Ja, das ist Crap. Warum denn nicht? Ich hab doch nicht mal einen Schuss abgegeben. Es ist Crap. Ja, du hast einen Schuss mit der Giftpistole abgegeben. Ich weiß ja nicht mal, was die Giftpistole ist. Ich weiß ja nicht mal, was die Giftpistole ist. Ja, ja. Du bist nicht der Detective. Ralf. Ralf. Ich werde die Pistole abnehmen. Wir haben ein ernstes Vertrauensproblem, Ralf. Ja, okay. Ich bleib aber hier sitzen. Lass mich hier rufen. Didi hat ihn erschossen. Ich hab ihn erschossen. Identifizier sie. Ralf war inno und Didi Traitor. Wer dem ist, was machst du hier? Ich hab einen Traitor. Wo ist der Giftpfeil? Der hatte den nicht. Wer dem ist, komm mal bitte her. Nix da, nix da. Der hatte einen Traitor, Didi weggeschafft. Nee, ich bin das. Ich bewache den. Weg. Wer dem ist, hilf mir mal. Ich muss hier Crap bewachen. Der ist eingesperrt. Der ist eingesperrt. Ja, ja, nee. Nix da. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, ich krieg den da rein. Wer dem schießt. Da schießt der noch auf mich? Der schießt auf mich. 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 Scheiße. Gut Gaming ist es. Alter, wer hat noch nicht geschossen. Da versteckt er sich die ganze Runde da drin. Und dann kommt er nicht raus. Ah, er wird schon wieder gedruckt. Es ist Vita Wolf. Mhhh. Gut Gaming ist schon wieder ein Random Kill. Ich dachte, es ist Gut Gaming. Er hat einfach Craps getötet. Ja, weil er da die ganze Runde drin rumgehockt hat. Das ist ja egal. Das ist doch überhaupt keine Wahl. Ich meine, ein Traitor, pass auf, ein Traitor war tot und dahin wurde die ganze Zeit geschossen. Und wieso bin ich es dann, nur weil ich mich verstecke? Warum, seit wann war denn ein Traitor tot? Das habe ich nicht mitbekommen. Doch, der hat oben erschossen. Ja, okay. Wenn jemand irgendwo sitzt oder so oder eine Tür zuhält... Du bist auch so einer, wenn im Quicksgebiet die Leute anfängt zu fliehen, schießt du auf die, weil du glaubst, sie sind verdächtig, oder? Ich hab ja immer in den anderen Traitor getrautert. Ich hab ne Deagle. Hast du nicht? Aber ich muss sagen... Ich hab Vita Wolf getrautert. Aber ich bin Traitor. Ich bin Detective. Ich bin auch Traitor. Weiter Traitor. Didi und ich sind Traitor. Jemand muss mir eine Waffe schenken. Und ich hab ne Deagle, das war's für euch. Hallo, wer dem ist? Geh weg. Geh weg. Ey, Vita Wolf, gib mir deine Waffe. Was, gib mir deine Waffe, nix da. Gib ihm die Waffe. Er ist Detective. Wer ist Detective? Der, der die Waffe haben will. Och komm. Ey, ey, ey. Gib ihm die. Ich hab geschossen. Ja, was ist das? Ich hab keine Shotgun. Ich hab keine Shotgun. Jetzt hab ich ne Crowbar. Gib ihm die Shotgun, Good Gaming. Nils, gib die Waffe. Er will die Shotgun haben jetzt. Wieso hab ich mir meine Waffe gegeben? Dann gib mir meine wieder. Aber er ist doch Detective. Danke. Dann gib mir meine wieder. Ja, aber trotzdem. Gib dem Vita Wolf keine Waffe. Wer hat mir die Shotgun geklaut? Wer hat die Shotgun geklaut? Irgendeiner hat die aufgehoben hier. Der ist rein zum Abschluss. Ich glaube weita hat die... Ich hab gar keine... Ich habe keine. Doch, dog. Er hat die Shotgun. Ja du? Ach dann noch keine gefunden? Tötet einfach ohne diegel. Da habt ihr auf jeden Fall schon mal einen Traitor, der verdächtigt schon wieder angewühlt rum. Ich hab mich doch reklamiert. Der hockt eigentlich hier in der Ecke hier. Ich. Das ist Tank, Dicke. Alles Traitor, alles Traitor. Hier ist ne Bombe, hier ist ne Bombe, hier ist ne Bombe. Wo? Hier ist jemand tot, hier sind drei Leute tot. Hä? Äh, Krabs in Gang? Hau ab, Krabs in Gang. Halt, ihr stirbt schon wieder. Ah! Wie dieses Tod, okay, es ist Dalu. Lebst du noch, Grants? Ja. Nein, nein. Wer ist bei dir, wer ist bei dir? Ralf. Jo. Ich glaub nämlich, Ralf ist es. Dann ist es Dalu. Ich wurde nämlich, ich wurde nämlich oben angeschossen und dann sind die anderen beiden verrenkt und dann bin ich abgehauen. Ich glaube, es leben nur noch wir drei. Ja. Dann ist es Dalu. Ganz einfach. Ich wähl aber vorher, dann will ich ein 101 gegen, ähm, Dingens haben. Roba. Ist mir egal. Okay, ich weiß, wo Dalu ist. Halt, nein, Krabs hat die alle getötet. Nein, diese Waffe. Ich bin unbewaffnet. Ja, ja. Ich glaub, ich wollte Krabs Bombe entschärfen und hätte damit, glaub ich, mich selbst und zwei andere Innocents hochgejagt. Nee, der eine Inno war vorher schon tot, keine Ahnung. Das Geile war oben Didi und Viper, als einer hat's mitbekommen. Ja, doch, ich hab's dann gesehen. Ich hab's dann gesehen. Ich hab's dann gesehen gehabt. Wie, das war nicht Viper? Nein. Nein, nein, ich hab dich von der Seite erschossen und dann schnell Viper mitgenommen. Alter, ich dachte, weil er stand mir genau gegenüber und dann dachte ich weiter und hab mich erschossen. Das hab ich dann ausgenutzt. Alter. Und, Grants, warum hast du mich leben lassen? Du hast nicht Trags und dann seine Leichen. Okay, das war geil. Mir ging das nicht mehr alles richtig. Dann musst du dich schnell umlegen. Im Kopf, oder was? Das war echt drückgemacht. Irgendwie funktioniert das bei mir im Kopf nicht mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, was eine Runde. Nein, ich war dann so verwehrt, weil das blinken... Nein, warum bin ich immer so schwer? Nein, ich hab nur noch 20 HP. Ja, ich bin nicht mehr da, du HP. Ja, ich bin nicht mehr da, du HP. Taktical Viper hat das Licht angemacht. Ey, ich bin zum dritten Mal Detective Traitor, ey. Ja, ich bin hinter der Not. Ne, ich war so verwehrt, weil ich hatte ja diesen DNA-Scan gemacht und auf einmal hat er mir angezeigt, dass Craps alle umgebracht hat. Hat er ja auch. Ja, da war ich aber verwehrt. Oh, ich will unbedingt mal wieder Traitor sein. Ich glaub, es ist Diddy und Vita Wolf. Hau mal, Good Gaming, hau ab. Good Gaming, hau ab. Ich schieß in den Kopf. Ich verkaufe Waffen. Ich weiß noch, wo Rifles und Galils sind. Genau. Aber dafür musst du ganz alleine mit mir mitkommen. Ich zeig dir auch die Gehalte. Hat einer ne Diegel? Gramps, geh weg. Nicht schon wieder. Diegel gegen Galil oder Scout? Wollte mein Baby retten? Oh, sorry, sorry. Nils zielt auf den Detective. Ich bin hier über dir, Darlow. Ah, guck mal. Ich stehe hier auf dem Bild. Oh, hau ab mit Puppen, Alter, echt. Hast du ne Diegel, Gramps? Rolfinger ist nervös. Rolfinger ist nervös. Oh nein, ich bin toll. Was war das? Was war das? Was war das? Gramps hat mich geschubst. Ich glaube, Good Gaming hat mich geschubst, glaub ich. Geh mit der Puppe weg. Wow, Rolfinger. Rolfinger hat mich getötet. Wahnsinn, Gramps, ich schieß nicht auf dich. Ah, ich wollte das Bild abschießen. Vorsicht. Granate fliegt. Ich bin hier ganz oben alleine mit Tactical Wiper. Ja, ich bin nicht ganz sicher. Im Einzimmer brennt's gleich, nicht da reingehen. Nicht da reingehen, hier brennt's. Boah, wer hat die da geworfen? Tactical, hast du ne Pistole oder irgendwas? Irgendwas, was ich haben kann, mir scheiß nicht. Wieso bist du so verletzt? Und dann kann ich's machen. Bitte was? Was tut dir leid? Ich weiß doch nicht. Stellung hier. Ich bin runtergefallen. Ja, ich glaub's auch, dass ich's bin, mal wieder. Ich glaub, es ist Didi, ehrlich gesagt. Nein, ich bin nur in diesem einen Schacht runtergefallen, von der Leiter. Ja, ja. Boah, ich bin Endo. Wer von euch hat denn die Diegel gefunden? Tactical Viper ist vertrauenswürdig. Sparkles, hast du ne Diegel? Nein, ich hab eine normale Pistole und mehr nischt. Hier nicht Blut. Okay, dann ist entweder... Wie viel Blut? Ein bisschen. Warte, wo ist Good Gaming? Hier, hier. Das kann auch sein, ich hab immer 70 HP. Nee. Ich dachte grad, Didi hat dich getötet. Nee, nee. Hallo Dallocat. Ah, halt. Didi hat auf den Detective gezielt. Oh. Dann töte ihn den Detective. Schieß dich auf mich. Schieß dich auf mich. Ich bin nur Scout. Ich bin innocent. Didi ist fast tot. Ja, genau. Das find ich auch nicht gut. Das war nicht Scout. Bitter war von Grenzen. Jetzt haben wir hier so zwei Teams aufgeschlagen. Ich glaub, Dallocat hat mir gerade mit dem. Ich stand genau neben dir, du Feier. Irgendwie sind doch alle schon angeschossen. Wer soll dich denn sonst getroffen haben? Ich hätt dich aber eher geschossen, wenn ich geschossen hätte. Aber ist denn der Rest so ruhig? Dahinten Ralfinger und Krabs sind so... Ich glaub, Vita-Wolf. Vita-Wolf könnte es noch sein. Ich schon wieder. Ja, du hast den Scout. Und ich bin grad... Es hat grad einer mit einer Scout geschossen. Ja, aber meine ist voll. Ja, ich zähl. Ja, definiere voll. Ja, definiere voll. Ja, definiere voll. Es sind doch alle Schuss. Bis auf den einen drin. Ach, bis auf einen. Wow. Wow. Krabs. Krabs. Ich glaub es ist... Ich war es nicht. Dallu ist runtergefallen. Dallu lebt aber noch. Die Leiche ist hier nicht. Du als Opfer. Dallucat hat sich... Die Bombe hier war ganz... Hier kommt Krabs. Hier kommt Krabs. Vita-Wolf zählt. Vita-Wolf zählt. Nein. Tu ich nicht. Ja doch. Tust du. Nein. Gehst du da zurück? Nein mach ich gar nicht. Auf Vita-Wolf. Kannst du... Nein. Ich mach doch gar nichts. Tactical, ich weiß, dass du Inno bist. Wer lebt noch von euch? Durchsucht einer die Leiche über dem Eingang. Der da. Bei dir. Ich geh auch weg. Du warst das. Ich bin weg. Ich hab ihn doch erschossen. Ja. Ich hab ihn erschossen. Ich hab ihn erschossen, der bei dir liegt. Und ich hab die Tür zugemacht. Guck was er ist. Siehst du? Okay. Ja. Ich hab nen Traitor erschossen. Also haben wir Tactical als Feind, ja? Wat? Aber der hat mir vorhin ne Waffe gegeben, als ich überhaupt nichts hatte. Ich hab nen Traitor abgeballert und das heißt ihr beide seid immer noch da. Einer von euch ist der Traitor. Ja oder du. Dann ist es Krabs. Ja und ich erschieß den Traitor, ja? Kann ja sein. Kann auch sein, dass der vorher gestorben ist und du hast den letzten, der hier oben war. Ich hab ihn ja auch erschossen. Ich hab ihn ja auch erschossen. Greiße. Ey, ihr könnt eigentlich nen Duell machen. Ich glaube es ist Dalu. Weil er hat sich nämlich... Ihr erschießt den Traitor. Der hat sich nämlich... Als ich vorhin nach oben gegangen bin, stand der ganz hinten in der Ecke. Ganz allein. Und dann ist die Bombe hochgegangen. Ich erschieß jetzt Krabs. Ich erschieß jetzt Krabs. Ich hab gerade den Traitor erschossen. Und du willst mir jetzt hier weismachen, dass ich es sein soll. Tactical. Wenn du wirklich Inno sein solltest, dann erschieß Krabs. Ich bin aber auch Inno. Das geht ja nicht. Aber Krabs hat mit einer Pistole genommen. Ich darf nicht erschießen. Dann warten wir. Wie lange hast du noch Zeit, Krabs? Ich hab keine Ahnung. Wieso schießt du jetzt auf mich, Tactical? Weiß nicht. Was? Taktical. Wo lag die Pistole? Wo lag die Pistole? Wie schön war das denn? Aber das war wirklich so aus. Genauso wie du mich im Verdacht hattest. Dalu wegen der Bombe. Ja, aber ich hab ihn ja erschossen. Wieso hat denn keiner auf mich eben zurückgeschossen außer Dalu? Genau. Ich musste genau gucken. Du willst ja auch seine Freunde erschießen. Hauptsache, du kannst hinterher. Du wirst dich nebenab knallen. Ich dachte mir, ich probier's einfach mal wie der Dalu normal. Und sag immer, nein, ich bin zu dich und schieß einfach weiter. Als ich gesehen hab, dass du geschossen hast, hab ich dich abgeballert. Ja, aber kein anderer hat sich gewertet. Doch. Ich hab auch geschossen, aber du hast mich glaub ich getötet. Ja, ich hab zwei oder drei Leute getötet. Wer hat die Bombe gelegt? Die hab ich auch gelegt. Hier ist doch nur Dings. Ah, okay. Oh, ich bin Eno. Was, wo? Ne Yuji. Ja, die hab ich da weggeworfen, weil die Mankten besser ist. So, okay. Grenz ist bei mir. Und Grenz ist weg. Ich, ich, ich. Ohne Waffe. Ohne Waffe. Äh, nein. Hier hat jemand seine Waffe weggeschossen. Oh Gott. Boah, crap. Ich bin hingefallen. Und Vita Wolf zieht auf mich. Suche Eno, der ne Diedel hat. Ich bin hingefallen. Suche Frau Großblond. Mach die Tür auf, lass mich hier raus. Suche Mann mit Pferdeschwanz, Frisur, egal. Gut Gaming ist extrem ruhig und ist wirklich verdächtig, mal wieder. Wer? Bei Gut Gaming weiß man das nie so genau, der schieß einfach alles. Das ist eigentlich der Ralf. Ich schubs ihn mal. Oh, weg. Jetzt bist du noch da. Ich glaube Reifinger hat Traitor Stiefel an. Wir machen hier nach noch zwei Runden und dann versuchen wir mal einen Map-Change mit Workshop. Oh, oh. Hier unten ist der Langgang. Halt, Grenz hat hier schon wen getötet. Ja, ja, ja. Ich hab niemanden getötet. Hier sind mein Blut. Oh, scheiße. Das war ja schlecht. Hier schießt wer? Grenz ist doch. Ich glaub Grenz ist es. Grenz hat nicht geschossen. So einen schlechten Tee machst du nicht, Grenz. Grenz ist es. Ich erschieß ihn. Okay. Guck nach. Oh, scheiße. Ich war das nicht. Da war es dann Lukas. Dann ist es dann Lukas. Meinst du? Ey, so einen schlechten Random Kill hat Grenz noch nie gemacht. Ich dachte jetzt echt, er ist Traitor und will es auf die Schiene versuchen. Aha. Ich bin Inno. Ja. Good Gaming zielt auf mich. Ja, du bist tot. Ja, gut. Ich ziele auch noch ein bisschen weiter auf die Schiene. Good Gaming zielt hier auf die Leute. Hier sind überall Leute tot. Vorsicht dich. Good Gaming zielt auf mich. Bombe, bombe. Ja. Au. Ja. Meinst du hier? Ich darf nur wissen, weil das war so ein schlechter Kiel von mir. Nein, weil es war so, es hat ja noch nie jemand gesagt, er hat gekämpft und auf einmal überströmt rum, fast tot, ey. Ja, ich hab doch gesagt, ich bin da runtergefallen sein. Ja, eben. Das darf ich nämlich auch. Ich dachte nämlich auch, er ist einfach nur runtergefallen. Sorry, Craps. Echt sorry, Mann. Und Grenz versuchte den billigsten der billigsten. Ach, einmal in 100 Folgen darf man das. Und du schneidest eine Folge auch immer in 10. Das heißt einfach in 10, ey. Oh Mann, ey, das war echt dadurch so ein schlechtes Gewissen dann auch, ey. Zurecht! Oh, ich brauch ne Waffe. Das Problem ist, die Juna hat sogar noch mehr schlechtes Karma als alles andere, weil jeder hinzieht der Karma ab. Oh nein, ich hab die Juna. Ich hab auf einmal 100 Karma. Ey, ich werd... Traitor, ey. Danach letzte Runde, also jetzt hier zwei Runden noch. Die und noch eine. Dreimal Detektive, aber kein Traitor mehr, ey. Geh weg. Good Gaming, geh weg. Ah ja, Dalu sehr auf. Ich bin so verdächtig, das kann doch nicht angehen, ey. Was ist denn auffällig? Dass du da wieder durch den Traitor gegangen kommst. Natürlich, wer hat ne Deagle? Ich. Hilfe. Didi tauschen wir? Ich hab ne Galil. Nein, ich hab keine Deagle. Was machst du da? Was machst du da? Detektive ist am Platz. Ey Cranys, du hast ne Waffe, das hab ich eben gesehen. Du brauchst gar nicht so unschuldig auf die Crowbar gehen. Jemand Deagle oder Scout? Didi, warum bist du verletzt? Der Scout hab ich. Oh, ich spring immer von da oben runter. Willst du ne Galil haben, Cranys? Wo bist du? Oben. Auf dem Dachboden. Witterwolf. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich hab meine Waffe schon auf den Boden gelegt. Lack ihn. Vorsicht, da kommt jemand noch zu dir hoch. Der Witterwolf, der zielt hier die ganze Zeit auf mich. Ich zieh überhaupt nicht. Ich guck hier ums Eck. Ich bin in nem Raum, du Lümmel. Ja. Hau ab, ich seh doch das du. Siehst du an der Nasenspitze an? Ich bin nervös. Viper, haupt deine Ecke. Halt, hier liegt schon Blut. Wollt geschossen mit der Glock? Hier liegt Blut. Du stehst, was der Kitzel ist. Genauso verdächtig, ne? Good Gaming kommt hier hoch. Wo wurde jemand mit der Glock... Hallo, was war denn das mit der Glock gerade? Hier unten, hier unten ist Blut. In der Eingangshalle. Wollt ihr hier geblootet? Wollt ihr hier geblootet? Keine gleiche. Hab ich ne Mac 10? Das waren die Kacke mit der Glock. Unten ist Blut. Ja, ja, hier... Sag mal, hört mir keiner zu. Da unten ist nur Grants ganz gerade rausgekommen. Ich hab doch die ganze Zeit gesagt... Viper hat gerade eine Glock weggeworfen. Ja, schon wieder so'n Versuch. Ja, wieder so'n ganz billige Versuch. Ich hab die Leiche... Kann man denn an der Glock mit einer Glockenmeckchen vergleichen? Die Leiche... Das geht ja gar nicht. Ne, das war keine Mac 10. Ach so. Das war auch ne Glock. Oh, schon wieder mit ner Glock geschossen. Ja, mit der linken, ohne Burst, ja. Ah, du lass mir kurz drunter. Ralf, lass mich erst nach oben. Aber da oben wird die ganze Zeit geschossen, ey. Folgt ihr denn diesen scheiß Schüssen nie, ey? Crabs ist bei mir? Crabs ist bei mir? Irgendeiner hat ne Diegel und hat am Anfang gelogen, dass er keiner hatte. Wer weiß, dass er die Diegel hat. Unten im Keller wird geschossen. Im Keller? Und da läuft Good Gaming. Good Gaming hält weg und die liegt überall im Blut. Good Gaming ist frei zum Abschuss. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Sorry, ich war's. Ich hab verdammt nochmal mit der Glocken geschossen. Aha! Ich bin... Auf einmal spricht er hier. Ich bin Nino. Ich bin Nino und ich hab mit der Glocken geschossen. Ihr werdet sehen. Ihr werdet sowas von sehen. Ah, Didi schießen! Er wird wieder geschossen. Didi hat geschossen. Ja, und durchsuch ihn doch Vita Wolf wenn ich schon abballerst. Ja, ich bin doch der... Ja, ich bin doch der... Vita Wolf oder Viper? Vita Wolf oder Viper ist Traitor? Was ist so'n Blödsinn? Ich bin es nicht. Warum soll ich nicht? Ich bin's nicht. Vita Wolf. Ich durchsuchen. Doch der Vita Wolf war's. Ja, er war Traitor. Sehr gut. Einer nur noch. Hier oben ist wer dem ist. Da hält er die ganze Zeit die Klappe hin, ey. Der Grenz wird hier oben verdächtig alleine rum. Sehr verdächtig. Was ist los, Grenz? Ah, Grenz. Wir sind mit der Crowbar unterwegs. Vorsicht. Wo geht's hin? Ich geh Klavier spielen. Hallo. Hey, Kraft. Er hat die Tür zu! Ah, Grenz hat mich angegriffen mit dir. Boah, Grenz wollte mich killen. Ich dachte, ich hab dich dazwischen eingeklemmt. Ja, du wolltest das auch, ne? Ja, ja. Ich glaub... Der Viper? War das ein Lack? Oh, nein! Ich bin bei dir, ich bin bei dir. Der Viper ist von mir. Hier ist ne Bombe explodiert unten. Krabs? Ja. Wie viele Leute le- Ne, Ralf, wie viele Leute leben hier oben noch? Ja, hier. Der Viper und du. Und Krabs lebt noch. Und das sind alle. Krabs, sag mal was. Wer dem ist? Ja, ja, ich bin da. Okay, Viper oder Krabs? Oder Dalu. Viper oder Krabs? Ich glaub mit Dalu ist es eher. Viper hat aber... Ne, 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 ich weiß wer es ist. Es ist Krabs. Viper hat nämlich gegen Vita Wolf gekämpft. Und, äh, Vita Wolf war Traitor gewesen. Wo ist Krabs? Guck mal auf den Radar. Ralf. Kaufe ich das? Achso, mir kaufe ich das Radar nochmal. Äh, C und dann oben rechts ist der Radar. Warte, mich kann ich hier, Dalu stehst neben mir. Das ist ungünstig. Ja, hier. Boah, ich sind ja hier hinter dir. Achso, das ist Viper. Wo hab ich mich? Kann ich meine Waffe da aufheben? Jo. Nein! Er schießt ja aus der Bibliothek! Krabs, das ist definitiv. Boah, Krabs, das weiß man nicht. Ah! Okay. Oh! Nein! 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 Da hab ich den Mordfall gelöst und bis ich tot bin, glaubt mir keiner. Okay, Krabs, das ist definitiv. Geile Nummer. Das Wiederbeleben war so cool. Achso, ist jetzt vorbei eigentlich? Ne, letzte Runde. Achso, okay. Ich muss auch noch Traitor werden, deswegen. Das war ne geile Nummer. Du hast kein Karma mehr, du machst null Damage. Und wir beide Traitor werden, können wir's nicht schaffen. Mein Plan, irgendwie ne unangenehme Situation drauf zu beschwören, bei der sich dann die Traitor rauszukristallisieren, indem ich mit der Glock durch die Gegend baller, ist dann irgendwie auch nicht aufgegangen. Ja, ich verliere auch nur Karma, weil alle sich wie Traitor bin, ne, so wie Nils. Er ballert rum, überall liegt Blut und er sagt nix mehr. Wer weiß, wann das mal sinnvoll wird. Und erst wenn ich ihm in den Rücken schieße, erst wenn ich ihm in den Rücken schieße, ich war das, ich hab geschossen, ich ergebe mich. Ich bin Detective, wer gibt mir ne Waffe? Wo bist du denn? Ich hätte eine Waffe, ich hab nicht mal eine. Zwing einfach wen. Ja echt, einfach jemanden zwingen. Ne, ich hab ja eine. Zwing dir, zwing wem dir ne Diegel zu geben und die gibst du mir dann. Okay, dann ist die Runde auch schnell vorbei. Good Gaming tauschen wir Waffen, Scout gegen Galil. Äh, nein. Oh, Krabs. Ich bin bei Krabs, ich bin bei Krabs. Und ich bin bei Vita. Ich bin jetzt aber sowas von innocent. Ja, genau. Heute bin ich innocent. Heute pack ich Bord. Grands tauschen wir Waffen? Ne, ich hab... Läuft wir ganz allein. Oh! Ah, die Shotgun! Geil. Krabs ziel nicht so hier hoch. Ich hab die Traitor-Waffe. Ah. Gibt's hier noch irgendwo Waffen? Willst du eine haben? Bist du. Ich bin im Hauptraum. Ich hab mir eine Flasche genommen. Okay, Good Gaming hat mich hier runtergeschossen. Oh, eine Flasche. Der springt hier runter. Oh, er hat mich runtergeschossen. Mit Rechtsklick. Hui! Tschüss. Kann's eigentlich sein, dass es hier nicht genug Waffen für alle gibt? Ja, es gibt ja noch... Ja, oben liegt noch eine. Dalu hat auch ein bisschen verletzt. Ja, ja, von wegen Dalu. Und oben liegt wirklich noch eine. Mhm. Ich glaub, da liegt auch einer. Das Problem ist, dass du da auch stehst. Ich bin in der ersten Etage. Ich bin oben auf dem Dach. Wer ist da hinter mir? Ich bin hier allein mit Grenzen. Ich bin jetzt mit dem Ralf Finger alleine. Der ist, äh... Ich hab einen Stuhl und ich werde ihn benutzen. Tatsache, da lag echt noch eine Waffe. Ich hab einen Kochtopf. Geh weg mit deinem Stuhl. Was? Das ist Selbstjustiz. Tactical. Ja, du schaust mich verdächtig an. Na, du schaust mich verdächtig an. Ja, weil du mich verdächtig anschaust. Oh, er ist... Na, niemals. Du guck dich hoffnungsvoll an. Koffnungsvoll! Aua! Jalalalala! Jalalalala! Grants hat mich geschlagen! Mit der Krober! Oh nein, er hat sich gerecht! Er schlägt weiter! Na, tue ich gar nicht! Grants ist es gelügt! Gimmy verfuckt mich gerade. Alle in der ja... Gibt mir deine Waffe, gib mir deine Waffe, gib mir deine Waffe, gib mir deine Waffe! Ah! 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 Ich hab nen Krober. Ich hab nen Krober. Ich hab nen Krober. Oh, Alter, ich bin jetzt erschrocken. Was war's denn hier? Ich glaub, Grants ist Traitor. Ich hab den Enterer. Du kannst nur als Traitor. Ja, Vito... Hau ab! Vito Wolf! Geh weg! Hau ab! Geh weg! Ich hab ne Krober. Du hast keine Chance. Geil, Grants ist bei mir. Grants ist Traitor. Ihr habt's versucht. Ich fall da immer runter. Detective Traitor am Start. Okay, wer dem ist, ist es nicht. Der hätt mich locker kühlen können. Ich muss aufpassen. Ich darf keine Schaden mehr machen, ey. Au. Wer ist denn da gefallen? Ich. Jetzt mal einen guten Trick. Brauch ich das nicht. Hast du jetzt die Allerbombe oder was? Das ist ein guter Trick. Ja, der Steam Workshop ist wieder online. Didi, was hast du für ne Waffe? Deswegen. Au. Didi, hast du ne Diegel? Ich hab ne Farmers. Hm. Mehr nicht. Dann kann man keinen töten. Boah. Wir haben so tactical Viper hier. Was soll das? Du bist immer irgendwie da, wo ich bin. Wie kommt das? Ich glaube, es ist sehr verletzt. Craps verfolgt mich. Ralf. 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 Der ist hier da. Ralf. 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 Ja, ich bin hochgegangen gerade. Ich gehe nicht hoch. 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 Wipeh, geh vor, ich komme hinterher. Komm ich eh nicht. Okay. Geh weiter. Hallo. Taktical ist es. Taktical ist es. Didi, ich brauche eine Anweisung. Er ist der einzige, der vom Dachboden kam. Ich werde beschossen hinter mir. Wer ist das? Und beide sind's. Didi, lebst du noch? Ich gehe jetzt allein mit dem Traitor-Schwein oder was? Nein. Ich lebe. Ist ja eh die letzte Runde. Ich werde meinen Karma auch richtig in den Popo ficken. Jetzt lass mich bloß in Ruhe. Ich habe so eine Crowbar und laufe die ganze Zeit um mein Leben. Das Viper. Töte ihn. Wer ist da? Wieso mich? Ja bei einer von euch muss es ja sein. Der ist weggerannt. Ich weiß nicht wer es war. Der ist durch den Schacht drunter. Warst du das? Möglich. Mach dich weg mit der Crowbar. Du schießt. Ey, auf. Wer lebt denn überhaupt noch? Savita ist bei mir. Ja ihr seid's ja auch beide. Wir waren zu wenige, du musstest es ja sein. War Craps der andere? Nein, Ralf. Nein, Ralf. Ah ok, weil Craps hat so eine Leiche identifiziert und nichts gesagt. Ja genau, ich habe die ganze Zeit gesagt, kommt mal nach da oben. Auf jeden Fall, das war die letzte Runde für die Map und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.